so einmal schön den anhänger zerdreht so muss man das nicht machen ich fahre mal hier jetzt raus weil da vorne ist ja auf die strecke und dann können wir da einfach wieder drauf fahren müssen wir jetzt ja nicht unbedingt auf den ersten schicken warum willst du denn jetzt unbedingt auf den ersten immer was ist denn dein was ist denn dein problem alter halt jetzt hat das kapiert das verstehe ich halt auch nicht warum das manchmal vielleicht ist heute auch einfach nur der wurm drin das kann natürlich auch sein vielleicht sollte einfach nur so bisschen der wurm drin und es will halt irgendwie noch nicht so richtig aber wenn jetzt folgendes machen ich will jetzt einfach das fast nur noch das gülle fasst dann werden wir halt nicht mehr gülle kubbern sondern einfach nur drauf spritzen und dann holen wir den grubber ich wollte den kopf ich wollte ihn grubber holen den habe ich voll weg gerammt vor dem grubber holen und dann werden wir dann noch mal übergrubbern über das feld 3 mit ernie denn ist es halt so dann machen wir das halt einfach mal so klong klong den bin ich doch schon mal reingefahren im typen noch mal noch mal rein knallen so igor ist wieder fertig mit der wiese ist gut die frage ist wir kriegen jetzt vom feld von der wiese 10 wieder rüber zum hof oder zur bga ich weiß nicht naja wir wollten zu den kühnen hochstellen alles weil wir brauchen sie ja wenn das feld 14 fertig ist ne das feld fertig ist wenn das feld 14 fertig ist dann kann er da ja als nächstes mähen frage ist es wird das feld 14 so schnell fertig ich glaube nicht oder aber wir bringen es erst mal da oben dann krieg ich ja sein dann krieg ich einen schmaler ran und dann werden wir mal dann werden wir eine strecke einfahren dann werden wir nämlich für igor das jetzt so sauber machen dass er wirklich über die ganzen wiesen die wir jetzt momentan haben eine strecke bekommt die er dann abfahren kann und das mal ausprobieren weil diese strecke die werden haben die wir für mit den schwader jetzt machen die können wir dann später auch gebrauchen das müssen wir dann zu einmal rausnehmen und neu rein machen aber wir brauchen nachher auch ohne ende strecken damit wir das gras hochbringen zu den kühen fällt mir gerade ein vielleicht holen wir da uns einen großen sammelwagen und fahren das schnell selber ab aber ich glaube so viel gras ist das nicht auf jeden fall nicht von den neuen wiesen wirst du mal gucken dieses getanke ne dann trinke ich halt auch noch was groß so voll bitte voll voll ja gut da müssen wir einmal kurz ich muss ja auch den den gülle grubber hier aus dem weg nehmen das nützt ja nichts kann ich ja nicht einfach das stehen lassen wenn dann nachher gleich einer kommt hier frei fährt denn dann hat er das teil gleich vor der nase stehen das wollen wir wollen wir ja auch nicht so dann kriegst du aber auch komplett neue strecken auf jeden fall das ärgert mich so ein bisschen dass es mit dem gülle grubber jetzt wieder nicht mehr dass mein gülle grubber jetzt wieder nicht funktioniert lag das daran dass es vielleicht daran dass das falsche gerät ausgewählt war oder so ich weiß nicht habt ihr habt ihr schon mal das phänomen gehabt ich war eigentlich so super begeistert vor einigen folgen als es halt auf dem feld 18 so gut geklappt hat und jetzt ist es wieder ist halt nicht so jetzt hat es wieder nicht so geklappt ne und hier ist übrigens hier ist tatsächlich doch mal ein waschplatz wo ich sachen hinstellt die ich nicht direkt waschen möchte sondern die ich dann das nächste mal wasche wenn ich dafür zeit habe wenn ich aber zeit habe zum aufräumen dann machen wir wieder ein waschtag dann habe ich dann quasi mein waschtag ja so ist da noch so oder akkus da der stefan hat durchdrehende reifen zum baum hängen geblieben ja kann auch mal passieren immer diese bäume die sich so für einen trecker schmeißen und so die einfach mal die einfach denn da sind nur weil man nur weil mal kurz ein trecker vorbeikommt wo siehst du der häcksel hat den heiko hat es auch erwischt heiko hat es auch erwischt so einmal kurz komme ich daran vorbei an dem baum ja so müsste es so ist es nicht hängt den baum fest muss ich einmal einfach mal ein stück weiter vor kann ich jetzt wieder ausfahren oder hänge ich dann auch wieder im baum fest ne das sieht gut aus okay läuft 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 jetzt haben wir noch ein kleines stück mit vorwärts fahren bitte ach ja dieses gehäckseln immer dieses rum gehäcksel hier ich bin zu dicht gefahren ja jetzt bin ich in seine kollision eingefahren und money und money ich will mal gucken ob ich ihn von hier aus ja das wird nicht funktionieren ne das wird nicht funktionieren dass ich das weiß ich jetzt schon dass es nicht dass das nicht funktionieren wird so genau schmeiß mal rein insofern du hast aber jetzt haben wir gleich die erste runde und dann sollte es auf jeden fall alles besser werden nach der ersten runde ich hoffe mal dass karl jetzt gleich los fährt und in dem modus übergeht dass er den traktor hinterher fahren will damit er eben nicht das wird es nicht machen er wird einfach stehen bleiben er wird einfach stehen bleiben und sich denken und ich komme nicht an ihm vorbei ja ich bin jetzt natürlich zu weit weg mal gucken ich hoffe mal dass er den anhänger nicht wechselt er hat den anhänger nicht gewechselt oder gg alles klar wie sie so er hat den anhänger nicht gewechselt das ist sehr sehr gut jetzt werde ich mal gucken dass wir dass ich ihn ich werde hier mal einen bogen fahren lassen so einen kleinen bogen genau und jetzt stelle ich ihn wieder ein drescher sagt ich soll er halten dein ernst dann fahren wir ab warum fährt karl nicht los okay alter wtf so du bist gott sei dank bald fertig du bist fertig aber ich lasse dich doch mal trotzdem drin du bist am überladepunkt das passt und ich muss jetzt hier mit er nie mal weiter zum feld fahren damit wir denn die gülle jetzt endlich rauf kriegen ne pass mal auf wir gehen sie aufs feld drei wir haben jetzt nur noch den düngerstreuer dran das gülle fasst das gülle fasst und dann wollen wir jetzt nur noch gülle fahren wir starten wieder im nordosten wir wollen richtung süden genau das passt soweit ich generiere den kurs wir holen uns das feld drei gülle dazu damit er sich dann selber wieder gülle auffüllt und jetzt haben wir eigentlich alles soweit das heißt wir fangen jetzt noch mal wir werden jetzt mit dem gülle streuen mit dem gülle fahren noch mal neu anfangen lassen wir alles rüber haben dann kriegern er noch ein grubber dran wird das feld nummer drei noch mal übergrammern dann haben wir die textur auch sauber und alles ist gut die 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 das ja blitzer und da ist ja ein blitzer nicht dass der mich hier gleich noch fotografiert will nämlich nicht so folgen haha so besonders nicht wenn es darum geht solche teuren fotos machen zu lassen was dann immer so ein bisschen kritisch ist man ganz ehrlich sagen so ich finde das übrigens cool dass gerade mal wieder so ein bisschen mehr action ist ich glaube aber die zwei abfahrer reichen bei dem feld weil die bga recht nah dran ist oder ich glaube nicht dass ich glaube nicht dass michael viel wartezeit haben wird wird akku mal hier heiko ist jetzt auch schon wieder an der bga angekommen bzw an seinem übergabe punkt quasi so dann können wir mal gucken wie es bei dir so aussieht beziehungsweise bei der waschanlage den kann man abkoppeln aber grundsätzlich dürfte jetzt hier noch nicht sein das sieht alles das sieht alles gut aus das kannst du erstmal stehen bleiben rein theoretisch könnte ich ihn jetzt muss er tatsächlich aufgetankt werden komplett komplett die leer alles klar machen wir erstmal schnell hinten das teil hoch wir haben hier oben bei den kühn natürlich keine möglichkeit zum tanken das hatte ich letztens auch schon mal mit dass der sepp sich leer gefahren hat ist einfach zu wenig drin in so einem kleinen tank klar ist ja auch ein kleiner tank kann ja auch nicht viel drin sein das ist ziemlich doof ein bisschen aber naja so dann holen wir uns mal eine ladung sprit und dann kann er da oben weitermachen das ist eigentlich ganz cool wie das momentan mit den ganzen aufgaben verteilt ist hast du tankt leer genau der der rsm ist blockiert ist der blockiert weil der höhlimann da irgendwie hängt oder was nee der ist blockiert weil er kein habt der in abhankt alles klar ich bin natürlich dran vorbeigefahren also brauche ich da doch noch einen dritten ja das wäre glaube ich doch besser dann stellen wir einfach jan noch mit dazu heiko heiko jan bernhardt keine ahnung wie sie alle heißen er kommt damit zu er kriegt dann kurz die ja die strecke die er drin hat ist nicht so wichtig wir holen uns das von deutsch agro genau wir wollen ein häcksler abtanken wir wir fangen in die mauer ich stelle mal hier kurz das ding wieder auf automatisch dann wird er sich neu berechnet beim start beziehungsweise denn wenn er den häcksler gefunden hat und du kriegst auch den rsm und los geht die sache los geht die wilde vor so zack einmal ein anhänger dran und ich schicke einfach hier vorne beim ich hoffe mal dass es bei ihm funktioniert beim nächsten ist er das richtig schnallt er schnallt er schnallt das leider auch nicht jetzt hat er es kapiert bei ihm ging es auf jeden fall ein bisschen schneller so heiko heiko ist heiko igor ist fertig igor muss rüber zum kuhstall igor steht beim feld 10 so feld 10 hat auch irgendwie eine strecke dass man damit wieder zurückkommen genau feld 10 zum hof feld 10 zum hof das ist cool das wollen wir haben dann sind wir nämlich da hinten und dann wollen wir irgendwas mit kuhstall haben und denn wärst du eigentlich schon da wo du hin sollst ach du fährst auch cool ruf zum kuhstall genau das ist der richtige kurs das ist eine überführung und du musst nicht am ersten beginnt du kannst beim nächsten beginn wo ist denn die ausfahrt nochmal fuck da hinten ach jetzt fällt mir gerade ein wo ich die ganze taler sie es wurde sich ja mal gewünscht dass ich ja mal eine folge machen könnte wo ich die ganzen münzen einsammeln stimmt fällt mir gerade wieder ein müsste man tatsächlich mal in angriff nehmen aber wenn dann müsste ich das gleich am anfang eine aufnahmesession machen und nicht jetzt so mittendrin ach so davon ist sie entschuldigung ich dachte er wäre schon drauf ich dachte er wäre schon drauf ich glaube er wird auch alle alle vorhandenen ich warte noch bis der abliegt ich glaube auch er wird alle vorhandenen hier leitfosten würde alle abräumen ja leitfosten abräumen gegen andere autos fahren igor nimmt da alles mit alles so guck mal das sieht doch schön aus das ist ja echt schön aus guck mal da fährt der karl ist karl voll gewesen ne karl ist leer wie sieht das aus mit füllstand wie sieht es mit dem füllstand mittlerweile aus soll ich schon verdichten darauf frage ist nämlich ja gut es sind erst zwei oder drei anhänger drei anhänger sind das maximal erst das gucken wir uns lieber nicht an das läuft der läuft auch die 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 guck mal heiko ist auch sofort am feld sehr schön aber das funktioniert das funktioniert hoffentlich jetzt gut ach guck wir haben ja noch den sepp hier stehen mit dem set da wollten wir jetzt ja wieder hoch zum feld damit er da oben weitermachen kann der hat seinen tank wieder voll und dann kann er oben wieder kräftig gas geben schön wenn wir da oben dann unsere wiese haben dann sollten wir eigentlich auch genügend gras also denn sollte der 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 nachschub an gras nicht mehr so schnell zur neige gehen so stefan hat wieder durchdrehende reifen das heißt der wollte wahrscheinlich irgendwie abfahren oder so und kommt da nicht weg das müssen wir uns eigentlich sofort angucken das ist das hat eine priorität diese abfahr geschichte hier weil sie large hat halt priorität in diesem spiel bei mir auf jeden fall ist halt immer noch ist halt immer noch die einnahmequelle number one number one so du hast noch 15 prozent bis zu voll bist da kann ich mal kurz nehmen selber nebenher fahren das nehmen wir mal kurz mit so meine freunde das war es auch wieder mit dieser folge ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs einschalten zuschalten reinschauen ich hoffe es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat lasst mir doch gerne noch ein like da beziehungsweise ein obo falls du meinen channel noch nicht abonniert hast so des weiteren findet ihr auf dieser wunderbaren seite jetzt auf der linken seite einen link zum vorherigen video falls du quer eingestiegen bist und auf der rechten seite findest du einen link zur gesamten playlist wo du alle folgen von dem farming simulator 2015 auf der maptour was dir anschauen kannst ich bedanke mich ganz herzlich dafür dass du reingeschaut hast und wünsche dir noch viel spaß bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss